Hallo! Guten Morgen! Die Geschichte hier kann sich schön auf der zweiten Position halten. Wieder Heiko Baris mit einem Manöver, was er herzhaft bei Mandritz beginnt, die anlehnt. Und jetzt hier vor St. Breckling ein Schiff drin angeschoben. Das war eigentlich grundsätzlich ein schöner Ansatz für Mandlera. Manfred Stryginski fährt dort oben jetzt Fahrerlage rein. Dann wird gleich in Frank-Way rein. Also, Stryginski raus und die Kanale bei dem Produktionspark. Hier auf 1500 Kubikzentimeter. Daniel Gens hat von den ganzen Hinten nichts hinbekommen. Er ganz klar und deutlich in Führung. Sven Breckling auf der zweiten Position. Heiko Baris dritte Position. Der Heiko Baris hat sich da noch sehr herzhaft aneinander angelegt. Und auch Heiko Baris hat sich sehr herzhaft bei Mandlera Stryginski angelegt. Das war jetzt nicht wirklich eine unfaire Geschichte. Aber trotzdem war es eine deutlich zu bemerkende Aktion von den beiden Fahrern. Aber dann beginnt es wie gesagt. Der hält sich aus dem ganzen Zeug heraus. Der fühlt sich das Feld hier bei dem Produktionswagen souverän an. So wie auch das ganze Wochenende hier bei dem Produktionswagen über 40 Kubikzentimeter. Der Mann, der zu schlagen war galt. Und er zeigt es jetzt hier auch. Und der ist schon zurückgekehrt ins Park Kaffee. Gleich werden wir noch die Belgier sehen. Ihr werdet Nick Names sehen, ihr werdet Olebeck sehen, Steve Fonda, Dave von Bärs, Kurt Lombard, Ron Snook, einen Dänischen und einen Niedersünder dabei. Dann Bart Coolings werden wir gleich sehen und da wird mir dann wieder gesagt, wie gesagt, auf jeden Fall, mein Kollege, die Ernst ein bisschen unterstützen, noch ein bisschen, er wird das hier, schmeiße das Finale bei den Supernatural lieben, bis 2000 Kubikzentimeter, bei den Supernatural hinterlässt. Seine ganzen Junker jetzt... ...dauereich, Böhle, ich hat's schon bezogen. Die sollte Mike Böhle jetzt hier einen Finalsich herausfahren mit seiner Schwabbenform Fögrund, bei den Produktionswagen über 400 Kubikzentimeter, Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung nach der Rüpfung der Vorherrschen-Lominanz von Daniel Gantz. Mein Praktik-Jokert wird jetzt durchgereicht auf die dritte Position, aber Daniel Gantz hat noch eine Runde, das heißt, mein König sozusagen schnapp und schwankert, wo oben wird. Schlag und feste! Weg den Kugeln ist jetzt hier gerade unter dem Fahrrad.